Warum packen die das in Alufolie? Boah, das macht mich so sauer heute alles. Ich habe noch nie Intro gemacht, wenn du die Kamera hältst. Finde ich echt komisch, gell? Sieht das professionell aus, wenn wir so ein Intro machen. So Freunde, es ist soweit. Wir befinden uns jetzt drei Wochen in Cairo. Und heute, lang ersehnt, lang erwartet, werden wir das erste Mal Döner essen in Afrika, Ägypten, Cairo. Viel Spaß in diesem Video. Der Tag ist gekommen. Wir probieren Döner. Döner, ich weiß noch nicht genau, wie er aussehen wird, wie er schmecken wird, weil der Laden heißt Dönerrista. Und ich will es einfach nicht vergleichen, weil in Deutschland zum Beispiel kennt jeder. Wir lassen uns überraschen, wie Döner in Afrika, wie Döner in Ägypten, wie Döner in Cairo schmecken. Eigentlich hat Ägypten Döner, aber halt die syrischen, also die Shawarma Döner. Jetzt will ich mal schauen, wie so ein türkischer Döner schmeckt. Boah, was gibt es hier? Boah, wir kommen danach, nach dem Döner kommen wir her. So, Samir holt sich Sugarcane. Ich habe wirklich Hunger. Wir sind gerade die Straße, der Dönerland ist in die Richtung. Wir sind so gekommen, umgedreht, haben dort gemerkt, wieder falsch, wieder in die Richtung. Super nervig. Ach, nein? Nein, ich habe keinen Stress. Ich habe keinen Stress. Okay. Achso, ich dachte... Ja, du hast keine Ahnung. Ich dachte, er hat uns einen ausgegeben. Wo soll ich das machen? Rohrzuckersaft. Willst du wieder einen Tipp für die Zuschauer raushauen? Also, ich weiß, dass Rohrzucker sehr gesund ist. Aber warum genau? Keine Ahnung. Ich sage euch ehrlich, wir stehen jetzt vor Dönerrista. Ich habe ein bisschen Angst, dass es keinen wirklichen Döner gibt. Aber Dönerrista heißt, es müsste eigentlich auch Döner geben. Problem ist, wir haben auch kein Bargeld. Das heißt, ich muss jetzt mal schauen, ob man meine Karte bezahlen kann. Eine Ewigkeit später. Wir haben Geld abgehoben. Das war absolut mein Fehler. Dönerrista ist gecancelt. Warum? Es gibt keinen Döner. Die heißen einfach so. Ich bin richtig sauer. Auf mich selber und auf den Laden. Ich würde es mal so sagen. Erster Versuch, Döner zu finden. Ist nicht gescheitert. Aber ist auch nicht erfolgreich gewesen. Wir haben einen anderen Laden gefunden. Amo Hosni. Onkel Hosni. Und ich würde einfach sagen, wir fangen jetzt an. Ich bestelle, weil ich habe so Hunger. Ich bin auch richtig schlecht gelaunt jetzt schon. Die Sache ist, ich kann entweder sowas hier nehmen. Aber ich weiß jetzt nicht. Sind da zwei Cola und vier Stück von denen dabei? Ja. In dem Menü für 90 Pfund. Das kann doch nicht sein. Ich glaube. Oder das hier. Übertrieben billig. 90 Pfund sind 4 Euro. Ja und, ist doch gut. Ich werde das hier nehmen. Just a sandwich. Not the whole menu. Beef. Beef, beef, beef. Always beef. Ich habe gedacht, der macht jetzt hier draußen mein Sandwich. 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 Das ist doch niemand. Kannst du für Sabrina filmen. Hä? Für Sabrina Tahina. Entschuldigung. Entschuldigung. Sei mal ehrlich. Ich habe die schon geschrieben. Noch nie. Noch nie ist ein Videodreh so schlecht gelaufen wie der heute. Ich bin so schlecht gelaunt. Ich frage, ob ich filmen kann. Er geht weg und sagt, ja film. Was soll ich filmen? Wie sich Fleisch im Kreis dreht. Als hätte man das noch nicht gesehen. Just a question. Sir. Ist er mein Sandwich da oder da? Ich dachte da. Ist das ein anderes Restaurant? Ich küsse doch seine Hand, Digga. Ich film den. Schau einmal, wie es ist. Nein? Ja, für meine Liebe. Okay. Hallo, hallo. Grüß dich. Hallo. Grüß dich. Ja, Freunde. Es war nicht erfolgreich. Jemand schreibt mehr Restaurants und Hotels in Kairo zeigen gerne auch Fine Dining. Ich versuche und es wird noch viel kommen. Gibt mir ein bisschen Zeit. Aber danke für diesen Kommentar. Kuss geht raus. Als allererstes sieht es ein bisschen dumm aus, wie ich jetzt gerade hier stehe. Gibt es ja herrlich? Ja. Boah. Okay. Riecht aber nicht verkehrt. Warum packen die das in Alufolie? Boah, das macht mich so sauer heute alles. Warum? Drei Tage später. Rendi versucht einfach schon seit 5 Minuten dieses Show-Erfa zu essen und kriegt sie hin. Ich bin so sauer. Aber ich habe keine Ahnung. Die haben eine ganze Schultüte drumherum gepackt. Ja man, das sieht echt aus wie eine Schultüte. Ich bin echt sauer. Ich sage euch ehrlich. Ich habe Hunger. Aber mein Hunger ist schon fast weg. So lange brauche ich gerade um die. Okay Leute. Ja man, es ist so weit, Alter. Puh. Bis jetzt habe ich nur Brot erwischt. Jetzt der Biss ist wichtig. Es sieht schon sehr gut aus. Hier Sauergurken, Fleisch. Jetzt schauen wir mal, was hier abgeht. Gute Würze. Gute Konsistenz. Fleisch ist nicht Kaugummi. Rundes Ding. Ob ich nochmal hingehen würde? Nein. Ich hoffe, ich bin nicht zu ehrlich, dass mir irgendwer sagt, Alter Randy ist voll der Arrogante. Man kann es essen. Es schmeckt gesund. Es schmeckt gut. Es ist saftig, gut gewürzt. Das Einzige, was mir hier drin nicht passt. Es ist ein Pfannkuchen. Richtig süßer Pfannkuchen. Also das hier ist Pfannkuchen. Und er ist richtig süß. Was geht's? Hi, I'm good. I'm good. Where are you from? Germany. Germany. Wie geht's? Gut. Hier? Guten Tag. Guten Tag. Einen richtigen Pfannkuchen Geschmack. Es schmeckt süß. Und dann hier, das ist knusprig. Ich habe gesehen, auch die haben an der Straße Pfannkuchen verkauft. Im gleichen Restaurant. Die haben sich gedacht, wir nehmen einfach Pfannkuchen. Menja. Komm. Komm her. Wo ist deine Mama? Komm her. Ich esse das gute Stimme jetzt auf und dann gibt's noch was Kleines, Leckeres. Was ist der Name? Name. Es schmeckt. Celebje. Balach. Balach. Das ist das. Okay. Was ist denn? 20? 20? Oh, wie Choclet. Nein, nein, Choclet. Ah, okay. 20? 30. Oh. Oh. Bruder. Egal was hier jetzt heute passiert ist. Wir versuchen das hier jetzt zu genießen. Und ich sage euch eins. Ich hab was so lustiges im Bild. Komm. Hala. Er will nicht. Nicht? Okay. Die essen sowas jeden Tag. Okay. Ich kann nicht mehr. Ich bin so sauer. Meine Lieblingssüssigkeit in Ägypten. Und der andere Wartzeit. Kaffeeleiten. Er will ein Foto mit dir. Okay. Ich tue so. Was drücken. Okay. So krank. So krank. Ich sag dir ehrlich. Ich liebe es hier. Aber heute war einfach mein, nicht mein Tag. Und die Teile sind super geil. Aber leider nicht warm. Ihr beißt hier drauf. Euer Mund füllt sich mit Sirup. Ich weiß nicht genau was. Sirup, Honig, Wasser. So fühlt es sich an. Es ist einfach ein purer Genuss. Jetzt mal Spaß beiseite. Es war trotzdem wieder einmal ein super geiles Video. Es hat Spaß gemacht. Danke Sami, dass du gefilmt hast. Der in Anführungsstrichen Döner Schawarma hat mich überzeugt. Hat mich überzeugt. Aber es war trotzdem ein erfolgreiches Video. Ich hatte Spaß. Ich hoffe ihr hattet Spaß. Schreibt gerne was in die Kommentare. Like dieses Video. Peace. Abonnieren nicht vergessen. Ja Freunde. Ich sag das nicht immer das Abonnieren. Aber tut es sehr gerne. Das hilft uns weiter, um für euch gute Videos zu machen. Sami hat mich erinnert. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.